Errungenschaften So machen die dinger schaden ich jetzt habe ich gar nicht hingeguckt oha dankeschön zur servereröffnung wir danken euch für ihre großartige unterstützung und hoffen das urgestein also 1600 urgestein euch das ist aber nett das sehe ich zwar jetzt ist aber trotzdem danke an das entwickler team für dieses großartige spiel auch was wollte ich denn jetzt überhaupt ach ja aufträge machen wir erstmal das machen wir erstmal das hier oben irgendwo ja hier so 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 ich drücke mal den falschen knopf zum rennen so 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 ich meine eine halbe stunde vorher oder oder nicht ist auch nicht schlimm ich bin ja heute sowieso alleine hier außer einen zuschauer bei dem ich halt wie gesagt immer noch nicht weiß ob es ein echter ist oder nicht und vor eilige schlüsse ziehe ich hier nicht vermuten tue ich das jahr aber wissen tue ich es nicht bloß wenn halt niemand in chat schreibt weiß ich das auch nicht na ich glaube er hier wird gut sein ich habe schon oft gesagt ich finde den charakter aber der hier der weicht automatisch aus nach nur zeit und das ist wichtig ja 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 ich darf vielleicht auch mal angreifen meine fresse übertreibt doch mal nicht so bin nonstop hier gesagt ich mag es nicht sehen ja ja einige gegner sind hier einfach nur masslos überpower damit sie sagen was er wollt Das war's für heute. Der Spass ist das hier, der hier die ganze Zeit rumzaubert. Denkst du auch, du bist belustig, oder? Ja. 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 Da stand, die sind vollgestopft. Ja, wenn ich das weiß, kann ich ja auch... Schnell reisen. Hier. Ja. 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 Aufdrehen. Den könnte ich noch machen. Der ist scheinbar sogar hier in der Stadt. Schneller klettern geht nicht, okay. Gut zu wissen. Aber die könnten von Grund aus, also als basic Ding, einführen, dass man schneller läuft. Weil das ist noch zu langsam, finde ich. Wenn man schon Stamina hat, wenn man rennt, sollte man auch schneller laufen. Gut zu wissen. Das war's für heute. Sie haben sie gefragt, wie sie sich in den Augen aufzuhren. Sie haben noch nicht mehr als wichtiges Schlechst. Sie hat sie gefragt, wie sie sich in den Augen aufzuhren. Sie haben sie einen Räumen aufzuhren und die Tante aufzuhren. Sie haben sie sich in den Augen aufzuhren. Sie haben sie nur noch etwas, aber sie haben sie sich zu schlafen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Zum Glück habe ich bisher überall Teleporter aktiviert. Ach da! Die Anzeige war jetzt aber mega verwirrend. Das sah so aus, als hätte ich da hochgemusst, aber musste ich gar nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das ist so easy. Oh, schon wieder 800 Meter. Was hat das denn für Sinn, bitte? Was hat das für Sinn, dass ich jedes Mal hier über den Arsch der Welt laufen soll? Oh, Mann. Aber das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Ach nee, komm. Ziehen wir jetzt noch durch, wenn jetzt nicht mehr so viel kommt. Oder? 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 Ich weiß nicht. Ach komm. Lass. Lass das noch schnell machen. Dann haben wir's wenigstens endlich abgehackt. Oh, hier kommt's. Oh, hier! Das ist das, das ist das erste Mal. Ganz schön. Nein, nein, nein. Es ist da, ich bin in der Vorwache. Was ist das? Oh, das ist? Also wer das nicht schafft, der ist ja lost. Okay, ich sollte vielleicht nicht zuvoreinig sein. Na, solange ich nicht wieder 800 Meter oder so weglaufen muss, soll mir das recht sein. Okay, ich weiß nicht, dass ich nicht zuvoreinig sein kann. Ich weiß nicht, dass ich nicht zuvoreinig sein kann. Ich weiß nicht, dass ich nicht zuvoreinig sein kann. Soviel zur Flugprüfung. Das ist ja quasi um die Ecke. Aber das mache ich beim nächsten Mal. Ich bin erstmal raus für heute. Ich logge mich jetzt hier noch aus. Und dann haue ich mich aufs Ohr. Ich bin K.O. heute. Ich bin froh, dass ich dafür einen Zehner reingesteckt habe. Ich weiß gar nicht, ob das ein Muss ist auf Playstation, aber für Vorbestellungen war das anscheinend nötig. War mir aber das Geld völlig wert. Dieses Spiel bockt einfach abnormal, finde ich. Die zwei Stunden, die ich jetzt hier gespielt habe, die vergingen wie im Flug. Ich lade das jetzt noch runter und werde das in Häppchenweise die nächsten Tage auf YouTube veröffentlichen. Da habe ich Bock drauf. Und das mache ich auch. Okay, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns dann im nächsten Stream wieder. Und ja, für die Leute auf YouTube schaut gerne auf twitch.tvs-anichannel.de vorbei. Wenn ich es nicht vergesse, ist es in der Beschreibung. Oder ihr schaut bei meinem Twitter vorbei. Das steht da in der Bio. So, genug geschwafelt. Wenn ihr mehr von Genshin Impact sehen wollt, wie gesagt, folgt mir auf Twitch. Da stream ich das dann hin und wieder. Aber die Mitschnitte kommen auch auf YouTube. Also ihr könnt auch auf YouTube abonnieren. Dann ist es aber ein bisschen zeitversetzt, der neue Content. Ich habe Bock, das weiterzuspielen. Eventuell auch in Anführungsstelle durchzuspielen. Und auch nach jedem Content-Patch mal wieder reinzuschauen. Habe ich Bock drauf. Werde ich denke ich mal auch tun. Ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt erstmal raus. Und ja, bis denne. Ciao.